Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Daisy. Heute wieder mit dem Koska und mit mir. Moin. So, diesmal haben wir noch einen volleren Server uns ausgesucht und hoffen, dass diesmal was abgeht. Bist du bereit, Digga? Ja. Jetzt müssen wir verdammt vorsichtig sein hier. Wir haben uns natürlich an der schlechtesten Pusi ausgelockt. Hier stehen auch noch Zombies. Ich glaub's ja nicht. Scheiß auf Looten, lass einfach durchgehen, würd ich sagen. Wie bitte? Ich würd sagen, Scheiß auf Looten, lass einfach durchgehen. Ich versteh dich mal. Ich würd sagen, Scheiß auf Looten, lass einfach durchgehen. Ah. Finkt ja nix, wenn wir jetzt hier weggeprollert werden. Geht's mal in die letzte Reihe. Ich glaub, ich hab dir noch eine Granate gefunden. Gibt's bei dir noch Loot? Hier in dem Einzelzelt hab ich noch eine Granate gefunden. Gibt's nicht mal einen Scope, Alter. Gibt's nicht mal einen Scope, Alter. Wenigstens wieder 10 Schuss für die AKM. Weg damit. Wir haben noch einen Schuss für die AKM. Nix. Welche Reihe bist du? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Geh mal in die Chef-Barack. Da. Geh mal, Barack. Boah, ist dein Handy, Alter. Was liegt denn da? Oh, besser. Ah, gehen wir auch weiter. Gehen wir auch weiter. Jetzt muss aber hier was noch geben. Ich hab's im Urin. Jetzt aber ist noch ein bisschen alle voll. Noch voller als der, wo wir eben drauf waren. Ich weiß, man übe krank. Da stehen immer noch Zombies rum. Ganz kleine Info. Wir nehmen hier so eine kleine Daisy-Session auf. Und nehmen genug Folgen, also für hier fünf, sechs Folgen hintereinander auf. Und dass ihr euch wundert, wenn ich sag, so wie eben. Boah, schon fährt keiner im Wald, ey. Mit deiner roten Mütze, du fällst auf in so'n bunter Hund, ey. Ich hab' keinen Scope halt, ne? Ich hab' keinen Scope. Ich flanke hier hin. Ja. Ich hab' keinen Scope, ne? Okay, Jungs, jetzt geht's ab hier. Ein bisschen Action. Ich seh' ihn halt nicht. Ich hab' keinen Scope, Digger. Ich komm' zu dir. Ich komm' zu dir. Ich glaub' aber von links halt, wo du weißt. Der wartet 100% auf uns, Alter. Macht mir nix. Fuck. Ich warte auch auf ihn. Was'n kranker. Zombie, Zombie, Digger hinter dir. Gib' back up, ich muss'n achsen. Okay. Der kommt rein zu dir, pass auf. Fuck. Pass auf, da ist einer. Bist du in der Zelle? Ich bin in der Zelle, ja. Niemand hat den scheiß Zombie gekillt. Ja, er hockt auf der Treppe. Ich seh' ihn halt, ne? Ja, da hockt er. Hast du ne Granate? Ja. Es sind zwei! Hast du ne Granate? Ja, ich brauch die eine. Soll ich die vielleicht... warte. Du musst'n werfen, ich hab' doch zwei Warten. Ich hab' aber mir bleibt'n hängen, Alter. Probier's doch einfach. Musst'n nur hier unten reinwerfen, das reicht. Nimmer, wenn ich... dann sterb' ich, Alter. Zombie! Hey, der ist'n Zombie. Okay, ich probier's. Digga, wo bist'n jetzt? Was pin... Boah, alter Ballein weg. Was pin' ich ab? Mit... Mit mittlerer Maustaste. Steh' aber auf. Mit G werf' ich, ne? Ja. Jetzt nimm's in die Hand, drück' Leertaste. Leertaste. Ja. Und jetzt uppin' und dann G. Jetzt geh, 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 geh! Ja, ich häng' in der, ich häng' in der Granate. Ja, renn' weg, renn' weg, renn' weg. Du kannst rennen. Du hast'n aber voll zu dir geworfen in die Richtung Welt. Nee, ich bin drin stecken geblieben. Die geht nicht mal hoch, Alter. Ja. Du hast'n bei mir gar nicht geworfen, die Granate. Doch. Keine Ahnung. Hä? Ich hab'n Tod, Alter. Keine Ahnung. Probier' zu, halt mal, Digga. Hä? Ich hab' ja nur ne Flash. Probier' du's halt mal. Das war ne Flash? Nee, ich hab' die Granate reingeworfen. Probier' du halt mal zu werfen. Echt? Ja. Nee, die Granate liegt dir da! Fuck! Oh, mein Gott! Nein, ich hab' ich's aber aufpinnen. Nein. Wie du. Wie du mal zu werfen. Hä? Du hast'n gar nicht abgepinkt, du Held. Nein. Komm, werf' das Ding da rein, Alter. Scheiß drauf. Warte, ich werf' die Flash rein, okay? Geh' weg, ich mach's selber. Nee, lass' mich machen einfach. Geh' weg. Ja, komm schon. Du, Digga, ich glaub' an dich. WAAAHHHHHHHHH! CHUROLIMO! Fuck! Du hast' bei mir die Granate noch in der Hand, Alter. Hä? Ich geh' nicht hoch, du hast' die bei mir auch irgendwie noch in der Hand. Was hab' ich in der Hand? Eine Granate irgendwie noch. Was ist das für'n verpacktes Game, Alter? Scheiß drauf, ich hab' nur ne Flash, Alter. Ich schmeiß' die Flash rein, dann lass' uns hochgehen. Ja, jetzt kann ich keine Waffe mehr aufnehmen. Hallo? Die labern mit uns. Ich kann keine Waffe aufnehmen, Digga. Muss respawnen oder so. Komma, komma. Der hockt da oben. Burp, 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 burp. Digga, hast' gehört, ich muss respawnen. Digga, nee Alter, das dauert, mach, zieh' sie einfach so. Ich kann keine Waffe, es geht nicht, er zieht sie nicht. Er hat dauernd die Granate in der Hand. Nee, ich hab' die Granate jetzt. Muss respawnen, sonst hat's keine Sinn. Ja, dann respawnen. Was labern die überhaupt? Die labern irgendwas. Die müssen sie so töten, auf alte, gute Art, alle. Die hocken einer, das hast' keine Schlauße. Einer hockt direkt auf der Treppe und der andere oben am Geländer. Wieso funktioniert das mit der Granate mehr da? Scheine. Es hat früher auch immer... Gibt auf jeden Fall Kettemann. Komisch. Egal, sonst probier' na. Probier' na. Rauslocken oder flashen oder was auch immer. Ja, ich hab' ne Flash, oder? Ich auch. Ich hab' auch Smokes. Ja, smoke bringt uns nix. Vielleicht kann ich ne Smoke so, ohne dass sie werfen, doch so hochrauch, damit sie nix mehr... Und dann ballern wir einfach rein. Probier'n die dann. Also das mit der Granate ist ja mal selten, denn... Also früher hab' ich's mit der Granate gut, wenn ich im Knast gekillt. Und jetzt... Sind sie immer noch da? Ich hab' keine Ahnung, ich hock im Busch vor der... Vom Knast, meinst, ich bleib da drin. Was? Ich hock im Busch vor der Knast, also in der Tanne vom Knast. Na toll dann, wenn sie sich auslohnen. Ja, ich hab' keinen Bock zu sterben, jetzt wenn ich da lang rein geh. Hast du hier keine Chance, Alter. Der eine hockt oben auf der Treppe, der andere oben am Geländer. Hüchst dich um die Ecke bis bei. Weiß, hab's gesehen. Du kannst eins machen, du kannst, wir können uns armeln. Ich hab' die Granate noch in der Hand, ich probier's jetzt gleich nochmal. Geil. Ich hab' auch noch eine. Ich hab' die aufgenommen eigentlich. Ne, ich probier's jetzt nochmal. Ja, bitte sterb nicht. Na und? Ja, fuck, jetzt bin ich drin. Lauf, lauf, lauf! Geradeaus, da hock ich im Busch. Komm schon, geh hoch, Mann. Hä, den geht nicht hoch, Alter. Komm, lass dich einfach töten, Alter. Scheiß doch drauf. Pass auf, ich hab' ne Idee, Alter. Sind die immer noch da drin? Hm? Nee. Die Typen sind die noch drin. Ich bin da, hier. Pass auf, die Steppen da noch rum. Ja, einer ist oben noch an der Treppe. Pass mal auf, Digga, stell dich mal hier zu mir. Komm rein, mach die Tür zu. Nee, lass die Tür auf. Egal. Pass auf, ich werf die Flash gegen die Wand, vielleicht ist er dann geflasht, okay? Oh, fuck, ich hab's nicht abgepimt, lol. Wo ist die Flash? Pass auf, dass er dich nicht holt, Digga. Die geht doch auch nicht hol. Ja, ich hab's nicht abgepimt, die liegt hinter dir. Toll. Ich hab's, ne? Warte. Hier drauf aimt da oben die kleine Nille. Fuck der Zell. Wieso geht die Granate nicht hoch? Keine Ahnung. Ich probier's jetzt auch mit der Flash. Warte, 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 ich pin's ab. Wie pinne ich ab? Auf F, ne? Ja. Granate abgepinnt, ich werf's da an die Wand. Lol, die hängt hier in der Ecke. Genau. Die hängt in der Luft. Hä? Hast du vergessen mit dir? Boah, wo bin ich, Alter? Ich bin zu Gold. Fuck die ist wohl in uns gelandet. Wenn die jetzt rauskommt, sind wir tot, Alter. Ich seh gar nix mehr. Ja, die kommen, Alter. Die steppen, die steppen. Help me. Die steppen da rum, die Schweine. Ich seh halt gar nix mehr, Digga. Ich auch nicht. Da schießt du nur ein Ding. Ja, ich bin tot. Du Held, Alter. Echt? Na ja. Wie das? Du bist so ein Idiot. Digga, wie bist du jetzt gestorben? Ja, mich hat einer abgeballert. Keine Ahnung von wo. Irgendwo draußen. Es war auch eine gesilinzte AK. Boah, ich seh wieder was. Wo warst du denn, Alter? Was? Keine Ahnung, ich war Full Flash. Und deiner Flash. Ich war doch Full Flash, Alter, bei mir. Ich war echt tot, Alter. Wo warst du denn? Wo bist du hingelaufen? Keine Ahnung, ich war doch Full Flash, Mann. Ich seh deine Leiche aber auch nicht. Bist du vielleicht nass gestorben? Hm. Keine Ahnung, ich seh deine Leiche. Der gegen die Zombies. Scheiße. Wo schießen die? Oh, du bist, du bist außen rum vom Knast gelaufen. Ich glaub der war unten irgendwo. Ja, Jungs, ich probier's einfach mal. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Und was? Gib die mal rein, ich probier's einfach mal. Wenn nicht sterb, dann sterb ich. Dann fang mal halt nochmal neu an. Nein, die zieht halt immer noch der Arsch. So auf Zhivonimo mäßig. Geh's rein. Nein, ich bin auch tot, verdammt. Scheiße. Ich hab ihm einfach eigentlich direkt auf den Kopf geschossen. Ich war so geflasht, dann bin ich rausgerannt und dann hab ich rausgerannt. Ja, du bist auf die Rollbahn gerannt. Ich hab nur noch die Tür erkannt draußen und hab mich dann hinter die Tür verbarrikadiert und das Fenster vom Knast von der Zelle. Scheiße. Die haben sich ja auch gedacht, aber alle, what? Ja, die Fläche ist ja in uns irgendwie hochgegangen. Keine Ahnung. Naja, what's all's. Fläch ist halt so verbuggt immer noch. Kann man nix machen. Ich kann ja auch mal ne Folge Solo aufnehmen. Ich kann ja auch mal ne Folge Solo aufnehmen. wenn du nicht da bist, bis ich am Erbe bin. Ey, vorhin hab ich dich, bevor du ankommen hast, aufzunehmen, hab ich dich übelgut verstanden. Und jetzt versteh ich dich voll gerne mal. So, würd ich sagen, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. .